Hallo liebe Leute! Was war das jetzt? Ich hab ne 6 gewürfelt. Ich hab ne 5 gewürfelt. Ich hab ne 6 gewürfelt. Ich wollte Hallo sagen. Oh, ich hab die Map hier noch nie gespielt. Willkommen Leute, wir spielen Mario Party für Minecraft Mario Party mit Ari. Hallo. Das war, wie heißt das, war das hier? Bowsers Festung heißt die Map, die haben wir noch nie gespielt, die sah interessant aus. Und was müssen wir hier machen? Knockdown. Ach, runterkicken. Oh. Okay, ich verstehe. Ah, man respawnt auch. Jetzt verstehe ich. Ich hab TNT. Was? No! Okay, ich muss einfach nur die Leute... Ach so, man muss so viele runterkicken, wie man kann, oder was? Anscheinend. Ich hab das Spiel, dem Spiel muss ich noch nie gespielt. Deswegen bin ich gerade ein bisschen... Ich auch nicht. Und ich kann das auch überhaupt nicht. Also, ich bin richtig confused. Ich hab, ich hab... Irgendwie hab ich... Dreikel. Leute, wo seid ihr alle? Ahhhh! Oh, ich hab noch einen. Noch einen. Sind da andere, die so krass weit runter... Oh, Leute, Leute, Leute. Oh, es leckt, es leckt, glaube ich. Ahhhh! Ahhhh! Was ist das für ein Spielmodus? Was ist das, Leute? Heute wieder eine Runde Mario Party Minecraft. Direkt gestartet. Ich hoffe, bei euch ist alles klar, Leute. Euch geht's wunderbar. Und ihr habt Bock. Ihr habt Bock, Leute. Ähm... Ja, wie gesagt, Mario Party ist ein sehr interessanter Modus. Anscheinend auch mit neueren Spielmodus. Also, wie gesagt, der sagte mir gar nichts. Aber wir haben auch ewig nicht mehr gespielt gehabt. Wie ihr euch an die letzte Folge erinnert, da war das letzte Mal, dass wir Mario Party gespielt haben. Das ist zwei Jahre her gewesen, Ari. Zwei. Zwei Jahre. Das letzte Mal war 2017. Dann haben wir 2019 und jetzt wieder einer. Ne, also, wenn ihr Bock habt, Leute, denkt immer dran. Daumen hoch, kommentiert da. Ich würd mich sehr freuen. Ich versuch grad noch wen runterzuschubsen. Bevor die Zeit abläuft. Damit ich noch in Führung gehe. Ohhhh! Now, ich fall runter. Superschlag hab ich noch. Nein, ich muss noch irgendwie runterkicken. Nein! Oh Mann. Nein, er ist nicht mehr gestorben. Dadurch bin ich Zweiter geworden. Nein, er ist noch geflogen, Leute. Oh, wie ärgerlich. Oh, aber immerhin Zweiter. Das heißt, wir überfällst ne Drei. Und noch ne Drei. Das macht ne Sechs, liebe Leute. Ich hab noch ein. Zwölf. Und wir sind nicht alleine auf Feld Zwölf. Wir sind sogar noch ein paar Leute. Was machen die hier? Oh, da ist Bowser im Studio, Leute. Die Map ist echt cool gemacht. I like. Oh Gott, was? Oh, das. Äh, was? Ich hab nicht aufgepasst. Da musst du doch die Dings Minengefecht, da musst du doch die Leute in der Mine hier besiegen. Okay. Okay. Ich glaub, Gold brach TNT. Okay. Gold bringt, glaub ich, TNT. Und wenn du Eisen abbaust, kriegst du, glaub ich, eine Rüstung oder sowas. Ab und zu siehst du auch die Gegner durch die Wand und du musst halt so viele... Ich bin ausgeschieden. Geil. Geil. Ich auch. Ah, Ari. Sieben, sechs, fünf, vier, drei, zwei, eins, vorbei. Oh. Bam, 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 bam. Du wirst hier gleich deportiert. Ha. Schade. Ne, das war nicht meine Runde, da gerade. Ah, wie denn? Leute, letztendlich eben gerade drei, drei und jetzt nochmal drei. Bin ich der Dreiermann oder was? Hä? Was ist daran jetzt lustig? Hä? Gar nichts. Ich war letztes Mal die Dreierfrau. Was war das denn letztendlich? Ich hab nur Dreier gedrückt. Als ob der eine nur noch... Ah ne, hab mich verguckt. Passt schon. Was kommt jetzt? Ah, das... Nein, das konnte ich nie so richtig. Heißer Boden, das geht hinter dir der Boden weg, weißt du? Mhm. Das konnte ich nie so richtig. Ich versuche einfach mal am Rand entlang zu laufen. Da war irgendein Typ, der legt da umher. Ich glaube, der ist jetzt aber gestorben. Weil ich das voll voll um ihn herum einfach weg gemacht habe. Ha, jo. Ich bin schon... Ich bin... Du bist die Beste, wolltest du sagen, ne? Nein! Ich hab den Sprung verkackt. Das war so ein total sicherer Sprung. Und ich hab ihn halt verkackt, weil ich doof bin. Du bist nicht doof. Du bist die Beste. Oh. Manchmal bist du einfach nur verwirrt. Du musst nur an dich glauben. Halt dich an mir fest. Okay. Beobachte dich. Beobachte dich. Ich beobachte dich. Ich beobachte dich. Oh. Ist das so... Oh mein Gott. Alter, Mama. Jo. Oh, ich bin von drunter gefallen. Ich glaube aber in die Richtung ist nicht mehr so viel. Okay. Ich sag nicht. Oh oh. Oh oh. Ja! Erster Platz! Leute, das war Profi. Profi Morgan wieder am Start. Ah. Jetzt würfel ich was geiles, hoffentlich. Sechs! Ne Eins! Ja! Ne Vier. Hat sich das... Erster werden ja gelohnt. Ne Eins und ne Vier, Leute. Ne Eins und ne Vier, Leute. Mega Würfelglück. Ah. Es tut mir so weh. Es wird gespielt... Ich bin der Letzter. Ich bin der Letzter. Reise nach Jesus. Nein, Reise nach Jerusalem. Ach shit, dann musstest du das mit meinen Cards, ne? Oh, ich hab ne Kronen auf dem Kopf. Weil ich das letzte Mal König war. König tot. Die tanzen gar nicht. Die sollten gleich ausscheiden. Ja, alle die tanzen sollten ausscheiden. Ha! 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 Schaff es! Wir haben noch einen bekommen. Hattet ihr kurz Angst, ne? Ich auch. Nächstes Lied, Mann. Bam 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 bam. Was ist das? Für ein Lied. Du bist nicht. Du bist nicht. Dubstep. We mix. Ah! Ja, du hast es auch geschafft! Ah! Nächste Runde. Oh nein, das Lied macht mich traurig. Ah, Vicky. Ah, Vicky. Meins. Ah, ich hab dir das weggeschneckt! Leuna! Sehr gut! Ihr seid alle drei von dem hier weggerannt. Das war perfekt. Ich will jetzt nicht ausscheiden, damit ich fürdauer und das wäre so traurig. Scheiße Es ist nix da, ich hasse dich Stört du Weil ich ein Pirat bin Ach man, dass echt die beiden Cards Auch in der anderen Seite von mir gespawnt sind Das ist auch unlucky Immerhin dritter Oh, verkackt Ari Wie du dir zugesehen hast Du Loser Aber immerhin Ich habe halt eigen gesehen Okay Ich bin dritter, das heißt ich kriege auch zwei Würfel, oder? Ja, aber ich glaube Der zweite kann nur zwei würfeln Oh wow, eine Eins Ich habe eine Zwei bekommen Und eine Fünf, immerhin Noch eine Zwei, ich habe vier Ich würfel Die schlechtesten Zahlen, die du würfeln kannst Bowser fällt, entscheide über den Schicksal Du wirst zwei Felder nach vorne geworfen Über dein Schicksal Dankeschön Ich bin aber echt weit hinten, Leute Hä, ich bin ein oder eins hinter Jetzt, hallo? Ach komm, was kommt jetzt? Ja, warum bist du schlecht? Ach nein Nein, das haben wir nie geschafft bisher Ich sehe nichts Ich hatte einen Fehlstart Sollen wir nochmal aufhören? Ja Nein, ich bin zu früh los Ich habe verkackt Ja Ja, ja, ja Ja, ich bin zweiter geworden Ich bin auch zweiter geworden Weil die beiden vor mir Sich doch zurück... Ah, wie geil Ah Leute Komm, komm Wir sind schon gleich in der Bowser-Festung, Leute Wir würfeln jetzt eine Eins Ey, Leute, guckt euch das an Das Schicksal ist nicht mit mir Ich habe schon wieder eine Eins gewürfelt Das heißt, wir würfeln Wir kommen nicht voran Weil ich kein Würfelglück habe Jetzt auch noch Schicksal Drei Felder zurück Ich glaube, du wurdest da gerade vor mir weggeportet Bin ich jetzt vor dir? Mann, das kann doch nicht sein Dass ich so schlecht würfel Deathcube? Was ist das? Versuch den schnellsten Weg durch den Deathcube nach was? Nach oben oder um? Nach oben zu finden Nach oben Nach oben Das schaffe ich doch never Irgendwas ist mit den leuchtenden Dingern Aber ich habe nicht aufgebürst Ach, die kann man glaube ich abbauen Sicher? Ich bin erst mal runtergesprungen Sure, die kann man abbauen Ich springe immer weiter runter Das ist nicht so intelligent von mir Kann ich da hin? Ja, aber was bringt mir das? Leute Ich komme jetzt schon nicht weiter Hat gerade angefangen, weißt du? Ich stehe hier schon Ich komme einfach weiter runter Das passt schon Was soll ich denn hoch? Einfach immer weiter runter Okay, Leute Das ist nichts für mich Deathcube Ich bin in die Lava gefallen Die ist ganz unten Ja, lach nur Lach nur, ey Mach ich doch gerade Mann Das ist traurig Leute Oh Mann Ey, bist du schlecht? Ich geh hier hoch Ich glaube an dich Wo bist du? Warte Ich gucke dir zu Das bist du Du bist glaube ich Relativ weit oben Machst das gut Du machst das gut Ich bin jetzt gerade in meinem Fokus, Leute In meinem Deathcube-Fokus Lebe deinen Traum Denn der Witwer Tut mir leid Das war nur ein bisschen schräg Sehr bisschen Oh nein Nicht runterspringen Nein, nein Ja Dammit Nein Du kannst das Nein, ich darf nicht wieder runter Los Oh nein Ja Das kann doch nicht sein Jetzt zieh er hoch Ja Pass auf Ja 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 Sonst bau dich doch auch mal hoch Du kannst dich hochbauen mit den Glasdingern Oh, was? Das wusstest du nicht? Nein Das wusste ich nicht Mann, hab ich das doch eher gewusst Du kannst den Ja, ja, ja Das wusstest du nicht? Echt nicht Hey Ähm Bade Nein Ich bin Ach man Ich war fast oben Du warst Vierter Ich war fast oben Hättest du das gewusst mit dem Hubschraut? Ja Das wusste ich nicht Oh nein Eine Vierter Ja Leute Das war eine schlechte Runde Denn jemand hat schon gewonnen Und wir sind Keine Ahnung Das hat jemand schon gewonnen? Ja klar Was? Ich habe nur richtig schlecht gewürfelt Ich habe nur Einsen gewürfelt Und alles andere Das ist ein Pinguin Ich habe echt nur Einsen gewürfelt Und so Hä, ich bin Neunzer Sollen wir mal Äh Hallo? Liebe Leute Das war eine Runde Minecraft Mario Party Mit Ari Tschüss Leider hatte ich kein Glück Ähm Was Was Die Das Würfeln angeht Ich hatte kein Würfelglück Aber weißt du was Am Ende wenigstens das Schönste daran ist Äh Leute Bleibt mal stehen Ari Auch wenn ich nicht gewonnen habe Leute Und Bowsers Festung nicht besiegen konnte Habe ich trotzdem neben mir die Prinzessin Mua Mua Das ist ekelhaft Das ist ekelhaft Ich wollte nur Das war ich doch nur für die Videos Mann Komm schon Nein